Leute, von drüben kommt ein Zug, Leute, und dann kommt wahrscheinlich auch noch ein anderer Zug von Villach, könnte ja sein, Leute, hat sich gerade gesagt, Achtung Bahnsteig 3, Zug fährt durch, und jetzt film ich mal, jetzt wird er wahrscheinlich anhalten, weil ja noch ein anderer kommt, auf Gleis 4 vielleicht. Ja, wieder ein Güterzug. Leute, es ist bestimmt eine 12-16er. Super. 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 Ja, Leute, er fährt doch durch. Leute, ich dachte, es kommt wieder ein Autozug, aber vielleicht kommt er ja, Leute, es kann ja sein, dass er erst später kommt, dass er, wenn er ein Talent in Lelenizen oder so ist, er fährt bis Philach Hauptbahnhof, er ist von Feldkirchen gekommen, das ist ein bisschen weiter weg. Und ja, Leute, weg ist er, Leute, bis später.